Back in the game Burr Mime You Know What is It's Luca Und willkommen zu einem neuen Video Ich bin jetzt erstmal zu Hause angekommen Und das erste was ich mache Ist ja natürlich Essen Weil ich habe Hunger Also danke erstmal Für den Na ja Support Dafür Dass ich halt Mehr Aufrufe habe Und Mehr Wiedergabenzeiten Ich werde euch hier mal was einblenden Genau Und Was ich aber Nicht so gut finde ist Dass Ich auf einem Video Höchstens drei Likes bekomme Und ich würde mich freuen Wenn ihr mehr Support gebt Also wenn ihr mehr Kommentare schreibt Mehr liked Und Genau So Ich war vorhin Nochmal Im Supermarkt So ich bin hier gerade im Rewe Und Ja ich würde mal sagen Ich kaufe ein bisschen ein Luca hat euch ja gerade gesagt Dass ich einkaufen werde Also ja los geht's Nice Und ich glaube ich werde gleich noch zum anderen Geschäft gehen Würde ich mal sagen gehe ich ein Also jetzt bezahlen Und ja wir sehen uns gleich im nächsten Geschäft So ich bin hier gerade im Marktkauf Möchte mir die beiden Sachen kaufen Aber leider weiß ich nicht wie viel Geld ich auf meiner Karte habe Ich versuche es einfach mal Also los geht's So ich bin wieder zurück Ja und ich werde euch einfach mal zeigen was ich habe Ich werde jetzt grob hier was reinschneiden und dann ja warte Auf mich ein bisschen aufnehmen Guck Hier sieht man mich auch schön Hallo Hallo Und ja So das haben wir 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 Wow Das ist ganz schön viel Fangen wir an Jung Eine fette Cola Box Die sind ja nicht normal Weil die halt klein sind Und kleine gibt's halt nicht Also habe ich das Dann einmal ein Chiasaben Drink Dann einmal Green Smoothie Die habe ich einmal zweimal Und die anderen habe ich dreimal Dann Cine Minis Dann Sowas Sowas Und Sowas Und ich werde gleich noch mehr darüber erzählen Aber genau Dann habe ich hier noch etwas Warte Dürft ihr nicht Habe ich hier noch etwas Aber das kommt morgen Ich packe es heute zwar aus Weil ich halt damit Was machen will Aber ich werde es euch morgen Im Vlog zeigen Also fangen wir an Mit dem Auspacken von diesen Okay Dann haben wir das auch ausgepackt Also Dann haben wir jetzt Drei dieser Dinger Pam 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 Genau Genau Ich würde mal sagen Ich installiere die Und dann werde ich euch zeigen Wie das dann so läuft Und ja Und damit würde ich sagen Ciao Leute Ich zeige euch aber erstmal Wie die Steckdosen funktionieren Und damit würde ich sagen Ciao Boys Wir sehen uns Morgen